Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich befinde mich hier auf dem Parkplatz Bahnhof Thaler. Hier wird dann sozusagen unsere Wanderung fortgesetzt. Wir gehen dann hier auf der anderen Seite hinunter, also das heißt hier über die Brücke rüber, gehen dann hier hinunter und kommen dann hier vorne beim Gutshof Thaler heraus und gehen dann hier in weiterer Folge hinauf. Bis zum nächsten Mal.